Oh scheiße, Alexa, stell einen Timer für 13 Minuten. Für wie lange? 13 Minuten. 13 Minuten ab jetzt. Nicht, dass ich meine Brezeln vergiss. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich nicht am Hochladen, also kann ich... ... heute in aller Ruhe und gechillt heute wieder für euch streamen. Jetzt haben wir die ganze Nacht noch am Hochladen, ey. Oh, das ist mir so nervig. Ich weiß nicht, dass ich mir aufgefunden habe, dass ich es vielleicht irgendwie per Westen deuten kann. Alleine isst du Joghurt, ja. Eines meiner Lieblingsjoghurts. Leute, ihr wisst ja, dass Musikwünsche bei mir erlaubt sind. I'migurt ist das, oder? Äh, ja, aber die Marke interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Was mich interessiert, ist der Geschmack. Drache, gib den Löffel nicht ab. Magst du auch einen Schluck? Äh, wie gest... was? War gestern... Ach, Leute, das wisst ihr auch, dass wir da drüber nicht reden. Um... So, fällt mir glatt ein, ich habe ja noch einen Kaffee zu machen. Ich konnte meinen Kaffee vergessen, Alter. Normalerweise stehe ich auf und mache das erste, was ich mache, ist einen Kaffee. Meistens habe ich, bis ich den ersten Stream mache, schon einen Kaffee gesoffen. Ja, bist du mit dem Buch? Ich habe jetzt ein paar Seiten übersprungen, bin jetzt aber nochmal korrigieren gewesen gestern. Ich habe gestern den ganzen Tag Kapitel 26 und 27 korrigiert und überarbeitet. Arschloch. Ey, ohne Scheiß, ne? Habe ich alles so schön hingestellt da, ne? Da schön die ganzen, meine ganzen Amiibos und da alles. Es steht schon wieder da alles rum, in der Ecke da. Geht mir das auf die Nerven, ey. Habe ich erst, da habe ich erst sauber gemacht. Das liegt schon den ganzen Scheiß rum. Es kommt davon, wenn ich irgendwas in der Hand habe, dann latsche ich da raus und dann habe ich das Ding in der... Da lege ich das einfach da ab. Alexa, stopp. Ich schaue mal kurz nach meinem Brötchen, äh, nach meinem Brötchen. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Ach, lecker. Herrliche Semmeln. Schön frisch aus dem Bocklofen. Komm her, das Sau. Oh. Oh, komm her. Na los. Jawoll. So. Schön beim Rücken kratzen. Kommt immer gut. Vor allem nach dem Aufstehen. Ja, ich bin unrasiert in den Armen. Verklagt mich. Alter, bin ich verpeilt, ey. Aber bei der Witcher ist das Problem, da brauche ich auch vorher die Grafikkarte die bessere. Und bevor ich die nicht habe, kann ich das vergessen. Und, äh, viele von euch fragen mich ja jedes Mal aufs Neue. Ey, Drache. Ich würde gerne irgendwie jetzt spenden, aber ich möchte das nicht auf YouNow machen. Weil, äh, YouNow, äh, da so viel Kohle abzwackt. Äh, deswegen habe ich jetzt einen Wunschzettel wieder mal aufgemacht. Den habe ich vor ein paar Jahren schon mal gehabt, aber dann gab es ein paar Probleme. Deswegen habe ich den dann leer gemacht. Ich löscht, gehabt den Link. Deswegen hatte das auch später keiner mehr. Da sind bloß ein paar Kleinigkeiten drinnen. Werde ich auch ab und zu mal was schauen, was ich, wenn ich mal auf Amazon irgendwas sehe, was ich mir holen will. Ähm, werde ich da mal was rein posten. Muss natürlich nicht daraus gekauft werden oder so. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal. Ähm, 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 wow, krass. Guten. Ähm, wenn ich noch dazu komme, es heute aufzunehmen und zu probieren, dann kann ich mal schauen. Dann sage ich dir Bescheid. Falls nicht, denke ich morgen. Mal gucken. Dann kommt mir, der hilft mir mit dem Programm. Weil... Unheimlich. Plötzlich. Plötzlich. Kein Geräusch. Gar nichts. Auf einmal geht die Tür auf. Unheimlich. Und genau so weit, dass da eigentlich einer reinschlüpfen könnte. Geht aber bei mir schlecht, weil da nämlich dann neben der Tür genau die Wand ist. Die Tür muss man schon fast ganz aufmachen, dass man rein kann. Amazon Liste. Oh. Die ist im falschen Ordner. Äh, die hätte eigentlich immer... Die hätte eigentlich immer im Privatabdeck gesorgt, weil... Räumlich weg. Räumlich weg. Und das liegt ja in der Tür. Und das ist einfach so cool. Räumlich weg. Räumlich weg. Und das ist so cool. Und das ist übel. Räumlich weg. Denke ich an einen Film, an einen Anime, aber ich weiß nicht an welchen. Ähm, ich bin jetzt gerade noch im Fluchstream. Äh, so 20 Minuten ungefähr. Dann ist der Stream rum. Oder geht's anders nicht. Ich hab schon eine Milliarde mehr gesagt, dass es keine Interviews gibt. Wie oft muss ich das eigentlich wiederholen, damit irgendwann mal die Leute das begreifen? Zum einen milliardensten Mal. Ich hab's ihm jetzt gestern bei... Ich hab's ihm gestern oder vorgestern schon bei Lachflip gesagt. Ich gebe keine Interviews. Punkt. Wie er uns wieder abfertigt. Wer fertigt euch ab? Ja, und ich hab ihm schon ungefähr ein paar Millionen Mal gesagt mittlerweile. Und ich hab's auch euch schon ein paar Millionen Mal gesagt, dass ich keine Interviews gebe. Punkt. Was muss ich denn... Muss ich in riesigen Goldlettern an den Himmel, an den Mond schreiben lassen, damit's alle verstehen? Drachenlord gibt keine Interviews. Heute auf dem Mond. Nee, bei heute auf dem Mond heißt's bloß, dass es an dem Tag auf dem Mond kein Interview gibt. Nee, Güte, ey. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das mittlerweile schon gesagt hab, ey. Leute, kann mir bitte einer in den Chat schreiben, wie meine Regeln für Gäste sind? Was ist meine Regel, wann ich Gäste nehme? Was ist meine Regel für Gäste nehmen, Leute? Wie oft hab ich das schon gesagt? 15 Mal, 20 Mal, 100 Mal? Irgendjemand kennst bestimmt. Wenn du es willst und ankündigst und nur dann. Mach nicht den Fehler und halte mich für einen normalen Junower. Ich bin ein YouTuber. Hab doch mal Respekt, Drache. Respekt. Respekt, Alter. Ihr wollt mich jetzt so irgendwas bringen, was ich nicht will, aber ihr redet von Respekt, Alter. In welcher Welt leben wir, wenn ihr den Respekt erstmal nicht versteht? Seid ihr nicht so verstockt? Okay. Leute, ich sag das jetzt nicht, weil ich arrogant bin. Und ich will auch nicht darauf hinaus, dass ich sonderlich arrogant bin oder so. Du sagst, du streamst seit 2008. Das ist krass. Das ist eine 10 Jahre Jubiläumszeit. Aber ich streame jetzt seit 2011. Und wie gesagt, das soll nicht arrogant sein. Aber ich hab weit mehr Follower als jeder andere Junower. Ich hab weit mehr Abonnenten als jeder andere Junower. Ich hab weit mehr Follower als jeder andere Streamer. Und ich hab weit mehr Abonnenten als jeder andere Streamer. Okay. Drache, bester Mann. Dankeschön. Rütt dich bitte, Rainer. Schreib, du mal bitte, bitte richtig. Schreib, du mal bitte, bitte richtig. Ich muss heute übrigens zeitig Schluss machen. Genau nach einer Stunde. Weil ich hab heute noch viel vor. Muss noch viel Buch schreiben und so weiter. Und ich hab auch noch vor... Ich muss heute auch noch wohin. Und Besuch bekomm ich auch noch. Die Lichterkette im Background ist so schön. Gut, dass du mich daran erinnerst. Die muss ich ausmachen. Wobei ich die für den Stream eigentlich anlassen kann. Was zu... Hä? Mit kurzen Armassen hat es so viel Spaß. Ja, weil Metal zum Headbangl brauchst du lange Haare. Du kannst da ohne bangeln, klar. Aber mit langen Haaren, das ist richtig Gaudi. Meine Haare ist auch noch zu kurz dafür. Wobei sie mittlerweile echt lang sind, ne? Ich trag's ja immer nach hinten. Deswegen sieht man's gar nicht so. Aber die sind ja echt lang, ne? Theoretisch gesehen, müsste ich sehr viel öfters so tragen. Aber ich mag das eigentlich nicht. Weil ich mir immer in die Augen falle. Bis dahin. Euer Drache. Und tschüss. Nein, jetzt kommt der blöde Button. Also, ciao.